Heute ist der zweite Spieltag. Deutschland ist noch nicht raus und spielt immer noch bei der EMT und wir vertreten das Land Belgier. Genau, die Mannschaft in den Hazards und die Bräune. Eine Mannschaft, die ziemlich weit kommen sollte, wenn nicht sogar eine der Top-Mannschaften sein dürfte. Was macht man heute? Mulfried. Oh, was ist das? Das sind Moschellen mit Pommes. Ja, belgische Pommes. Man muss dazu sagen, die Belgier essen wirklich als Nation fast die meisten Muscheln, züchten die Muschel aber gar nicht selber, sondern lassen die kommen. Und genau das ist das Problem bei Muscheln, züchten und so. Als ich jung war, habe ich gelernt, Muscheln gibt es von September bis April, damit sie nachwachsen können, damit sie nicht ausgerottet werden. Denn wir haben ja auch schon in den 90 Jahren nachhaltig gelebt. Jetzt werden sie gezüchtet, Gott sei Dank. Das Problem ist, ab April gibt es eine Alge, die machen die ungenießbar, teilweise sogar giftig, die stinken, die will man nicht essen. Deswegen müssen wir tatsächlich auf gefrorene Muscheln zurückgreifen. Ich habe das Essen noch nie mit gefrorenen gemacht, immer mit frischen. Es soll gehen. Die Kochzeit ist ein bisschen geringer, als wenn man frische nimmt. Ansonsten ist es fast gleich, bis auf das Reinigen wegfällt. Aber da kommen wir später auch mal zu. Wir haben den zweiten Spieltag. Am ersten Spieltag war wer dran? Olli von MIB Barbecue. Genau, das Video könnt ihr euch hier oben angucken, wenn ihr es verpasst habt. Unbedingt reinschauen. Wir machen ja ein Event, barbecuefootball.am. Und was ist der Inhalt von dem Event? Ja, wir machen 24 Rezepte aus 24 verschiedenen Ländern. Und daran nehmen 24 verschiedene YouTube-Kanäle teil. Olli war der Erste. Wir sind der zweite Kanal. Und nach uns folgen mathematisch gesehen noch 22 weitere Kanäle. Und da sind echte Kracher bei. Und ich habe schon teilweise die Rezepte gesehen. Die sind echt gut. Das Ganze hat natürlich auch einen Sinn. Wir machen ein Rezeptbuch mit den 24 Rezepten. Und noch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Und verkaufen das. Und was hat das für einen Sinn? Achso, der Erlös daraus geht an die Charcoal Street Food Barbecue e.V. Die grillen für Obdachlose, für Bedürftige, für Kinder. Und die wollen das Geld sinnvoll einsetzen. Also kauft dieses Heft unbedingt. Ihr kriegt es bei der Grillshow. Da könnt ihr es kaufen. Umso mehr ihr kauft, umso mehr können wir spenden. Wir würden uns freuen, wenn eine ordentliche Summe zusammenkommt. Aber fangen wir mit dem Rezept an. Wir haben mehlig kochende Kartoffeln. Die sind schon geschält, wie man sieht. Die kommen nicht so aus der Erde. Das Ganze schneide ich heute auf ein Brett von PitBlock. Und am Ende, nach dem ganzen Event, da gibt es was für euch zu gewinnen. Und zwar ordentlich viel. Unter anderem gibt es so ein herrliches Brett von PitBlock zu gewinnen. Deswegen schreiben wir irgendwann hier ein Gewinnwort. Und das sieht dann ungefähr so aus. Aber das ist es nicht. Das kommt ja später. Und die Wörter müsst ihr zusammensetzen und uns einschicken. Und zwar an diese E-Mail-Adresse. Das seht ihr aber auch alles nochmal im Infoblock. Also Infoblock aufklappen, durchlesen. Da seht ihr auch, wer alles mitmacht und wann wer mitmacht. Schöne Reihe nach, alles aufschreiben. Und es gibt so viele Gewinne, da hat man gute Chancen, was zu gewinnen. Unter anderem dieses Brett. So. Jetzt fangen wir mit den Kartoffeln an. Die Kartoffeln schneide ich und lege sie dann in ein lauwarmes Wasser für 30 Minuten, damit die Stärke rauskommt aus der Kartoffel. Denn die Stärke wollen wir in der Kartoffel nicht haben. Dann wird die Pommes nicht so schön. Wir wollen hier belgische, original belgische Pommes haben. Und da macht man das so. Das machen wir auch. So, dann habt ihr hier die Stifte. Das ist so einfach, ne? Wenn ihr viele Kartoffeln habt und keine Lust habt, dann nehmt ihr einfach ein Hilfsmittel. Das mache ich. Da tut man die Kartoffeln einfach drauf, macht das Ding runter, dass die Kartoffeln nicht wegrutscht. Und dann, tadaa. Und dann hat man auch wunderbar gleichmäßige Kartoffeln. Das waren die Vorbeidung für die Kartoffeln. Und dann ist Meika dran. Ich mache jetzt die belgische Mayonnaise. Dafür gebe ich jetzt als erstes Eigelb rein. Öl. Das ist eine Mischung aus Olivenöl und Rapsöl. Cheyenne-Pfeffer. Dijon-Senf. Und zwei Esslöffel vom Saft einer Zitrone. Jetzt gehe ich rein und ziehe es langsam hin. Das war die Vorbereitung meiner Mayonnaise. Ich schaue jetzt nach, wie die Mayonnaise schmeckt. Man schmeckt die Zitrone und den Cheyenne-Pfeffer. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Nach 30 Minuten ist das Wasser schön trüb. Das heißt, die Stärke ist raus. Jetzt gießen wir sie ab und versuchen, die Kartoffeln so gut wie möglich trocken zu klingen. So, damit am besten Seva. Ups. Ein bisschen mehr als ein Blatt. Oben und ein bisschen was drin. Immer so eine Handvoll Kartoffeln. Schön trocken tupfen. Weil Wasser und Fett verträgt sich nicht so gut und ihr wollt kein Wasser dran haben. Belgische Pommes werden zweimal frittiert. Zuerst kommen sie bei 150 Grad. Wir sind ein bisschen über 150 Grad, aber wir machen das ja auf dem Seitenbrenner. Wir verlieren ordentlich Temperatur. Wenn ihr das mit einer Fritteuse macht, geht ihr auf 150 Grad. Ruhig ein bisschen mehr, 155, 160 Grad. Weil sobald ihr die reintut, die sind kalt, verliert die Temperatur. Wir lassen die jetzt vier Minuten drin und kochen die. Das heißt, das Wasser, was drin ist, das wollen wir jetzt erstmal loswerden. Dann lassen wir sie abkühlen und später müssen wir sie nur noch frittieren. So, zuerst ungefähr zwei Handvollen einfach rein. Umso schwächer die Fritteuse ist, ein bisschen weniger ruhig. Und das ganze vier Minuten kochen lassen. Ruhig mal kontrollieren, wie die Temperatur ist. Und wenn ihr natürlich viel Temperatur verliert, einfach die Temperatur erhöhen, damit ihr wieder auf 150 Grad kommt. Und die vier Minuten auch wirklich über 150 Grad durchpowert. Übrigens, wir machen das im Dutch Ofen, und zwar von Grill & Moor. Grill & Moor spendiert auch für die Verlosung drei Gutscheine a 100 Euro. Und das hier ist immer noch nicht das Passwort. Wenn nicht so viel zu verloren gehen soll, einfach Deckel drauf, dann bleibt ihr jetzt auch besser drin. Wir machen das Ganze heute auf unseren Grill & Moor Grill, auf unseren Zunder. Die haben ja was dazugegeben, wie ich ja schon gesagt habe. Und es gibt noch mehr zu gewinnen. Es gibt noch zwei Gasgrill zu gewinnen, und zwar von Bernhard und von Napoleon. Ich meine, das sind jetzt wirklich Kracher, wo man echt sagen muss, da mache ich mit. So, vier Minuten sind um, und wir holen sie mal raus. Wie man sieht, die haben eine ganz leichte Bräunung, eine ganz, ganz leichte. Und genau so sollten sie sein, damit sie nachher schön knusprig sind. Jetzt legen wir sie zur Seite, die müssen abkühlen, und wir machen in der Zwischenzeit die restlichen. Übrigens, als Öl nehmen wir Erdnussöl. Das macht man in Belgien so, und das gibt der Pommes noch mal den besonderen Geschmack. So, während die Pommes jetzt 30 Minuten abkühlen, kümmere ich mich schon mal ein bisschen um die Muscheln. Wie gesagt, wir haben gefrorene. Der Vorteil ist eigentlich davon, die sind schon recht sauber. Es sind aber immer noch so ein paar Bärte drin, die wir mal nicht haben, da sollte man mal durchgucken. Also einfach die Bärte, man kriegt die hier gut raus. Die sind auch noch fast in einem gefrorenen Zustand. Normalerweise müsstet ihr die waschen, und dann guckt danach, wo Blasen aufsteigen, die leben bei den Muscheln. Und wo keine Blasen aufsteigen, die leben nicht, bzw. ihr drückt mal drauf. Und wenn sie zubleiben, leben sie, und dann könnt ihr sie essen, weil die Toten sollte man nicht so essen. Das habt ihr bei den Gefrorenen Gott sei Dank nicht. Einfach mal durchgehen, so ein bisschen die Bärte wegmachen. Wenn ihr euch stört, dass hier noch was drauf ist, geht einfach so mit der Rückseite vom Messer dran. Und dann guckt ihr, dass ihr so ein bisschen Hebel habt. So, von hier, dann kriegt ihr das recht gut ab. Aber im Grunde sind sogar Gefrorene wesentlich einfacher dann. Man muss halt nur darauf achten, dass sie nicht zu lange zubereitet. Weil wenn man das zu lange macht, dann werden sie so ein bisschen gummiartig. Und gummiartig schmecken sie auch nicht. Wir haben jetzt unseren 9-Liter-Dutch-Ofen vorgeheizt. Und dort werde ich jetzt den, so wie wir die Muscheln machen. Dafür brate ich jetzt das Gemüse an. Als erstes kommt eine Schalotte rein. Die Zwiebeln. Fein geschnittene Stange Lauch. Zwei Stangen Sellerie. Thymir und zwei Lorbeerblätter. Das lasse ich jetzt ein bisschen mit anbraten. Jetzt wird es ordentlich gebuttert. Riecht das toll. Und das werde ich jetzt fünf Minuten drauf lassen, bevor ich es ablösche. So, ich lösche es jetzt ab mit alkoholfreiem Wein. Das hat nämlich die Säure und das brauchen die Muscheln später. Ab hier übernehme ich die Muscheln, weil die Muscheln müssen in der Zeit währenddessen, die gekocht werden, da kommt gleich der Deckel drauf, dreimal durchgeschüttet werden. Und der Topf ist ziemlich schwer, den könnte Amerika nicht schütteln. Ich gebe die Muscheln rein und die sollen fünf Minuten drinnen bleiben und dann nochmal ein bisschen unterrühren. Deckel drauf, zuklappen, ein bisschen ruhen lassen und dann so in zwei Minuten einmal öffnen, durchschütteln und das machen wir dreimal. Ich habe das Öl jetzt auf 180 Grad vorgeheizt und hoffe, dass es bei 175 Grad frittiert wird. Ich gebe hier nicht zu viel hinzu, damit das Öl nicht zu sehr abkühlt. Deckel drauf und drei Minuten frittieren. Nach zwei Minuten schüttel ich das erst mal die Muscheln durch. Dann setze ich sie wieder hin und zwei Minuten wieder nochmal. Komm, wir sind fertig, ich hole sie jetzt raus. Die haben echt eine echt gute Farbe vorbekommen. Dann noch einmal schütteln. Mal reinschauen. Oh, es riecht echt gut. Es riecht wirklich klasse. Die Muscheln sind offen. Die sind fertig. 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 Ich hatte Angst, dass es fünf Jahren in der Zeit gegrügt. Die sind fertig. Keine. Die sind fertig. Die sind fertig. Eigentlich isst man die aus dem Topf, würde ich jetzt den Topf hinstellen und es direkt aus dem Topf essen, aber ich hole sie mal raus und die sehen echt gut aus. Ich lasse den Sud drin, ein bisschen Gemüse, würde ich da dabei haben, hat den richtig spitzmäßig aus und die duften herrlich. Ab die Pommes kommt jetzt noch Salz drauf. Mehr nicht, das war's. Da ist unser Mulfried. Wir sind fertig, es sieht köstlich aus, wir gucken mal ob es so schmeckt wie es aussieht. Du weißt wie man isst, man braucht einmal eine Schale, also einmal nimmt man sich da vielleicht einfach raus und dann nimmt man einfach die Muschel und nimmt da Fleisch einfach raus. Ich bin eigentlich mehr der Fan von Muscheln in Tomatensauce, aber ich finde die schmecken hervorragend. Die haben eine leichte Säure durch den Wein, auch wenn es alkoholfreie war, das Gemüse kommt voll durch, also richtig gut finde ich. Dafür, dass sie gefrorene sind, haben die echte tolle Konsistenz, also geht auch mit gefrorenen. Ich werde jetzt endlich mal die Pommes probieren, mit der Mayo. Boah lecker. Kommst du jetzt wohl endlich da raus? Wie schmeckt es dir denn, Mika? Es ist sehr lecker. Sehr lecker? Schmeckt dir die Muschel und die Pommes besser? Beide schmecken gut. Finde ich auch. Also die haben echt den Geschmack gut aufgenommen. Die Version, die wir gemacht haben, ist heute die Standardversion, das ist die Grundversion im Prinzip. Die geht am häufigsten zwar über den Tisch, aber in vielen Muschelrestauranten gibt es teilweise bis zu 16 verschiedene Rezepte. Also die stehen wirklich richtig auf Muscheln. Und ich eigentlich auch und deswegen verstehe ich das auch voll und ganz. In Deutschland finde ich es immer ein bisschen schade, man kriegt es ein bisschen seltener. Also ich finde die Kombination Pommes und Muscheln, was ich zuerst ein bisschen komisch fand, voll lecker. Das ist übrigens das richtige Wort, was du brauchst für das Gewinnspiel. Ach, das ist es ja. Worauf ich richtig stehe, ist unten der Sud, der drin ist. In dem man nichts noch nicht so gut rankommt. Aber wir haben ja den Topf, ich guck mal ein bisschen Sud für mich. Und dann unten drin hat man dann immer den Sud und der mit Brot. Ich habe die Decke wieder zugemacht, wir müssen auch noch Muscheln machen. Richtig lecker, die leichte Säure durch den Wein. Es gibt nichts besser, als das später mit Brot dann so ein bisschen aufzudippen. Oder mit Pommes. Das müssen übrigens arme Leute essen. Das haben damals die Arbeiter in Belgien gegessen. Und das hat sich dann so durchgesetzt, das ist nationalgerecht geworden. Es ist günstig, es ist auch heute in Deutschland auch günstig. Und das ist eigentlich schnell gemacht. Das ist so lecker. Ey, wo ist mein Fleisch? Das habe ich glaube ich vorhin gegessen, das lag da so drauf oben. Das war unser Beitrag für die Barbecue-Football-Im. Es war unwahrscheinlich lecker. Es ist eigentlich recht einfach gemacht. Und ich würde es jedem empfehlen, der einigermaßen Muscheln macht, macht das mal nach. Morgen geht es für euch weiter hier oben bei der Feuerküche. Die machen das nächste Rezept. Hier unten habt ihr unser Muschelrezept. Hier habt ihr ein weiteres Video. Hier könnt ihr ein Abo abschließen. Und hier unten die Glocke aktivieren. Ihr wisst ja immer wann es neue, leckere Videos von uns gibt. Und damit sind wir raus. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Event.